Das Skigebiet, die neue Taublitz, liegt im Bundesland Steiermark und ist 140 km von Graz, 260 km von Wien und 105 km von Salzburg entfernt. Die letzten 22 km Bundesstraße nach der Autobahnabfahrt verlaufen angenehm ohne nennenswerte Steigung. Bei Skifahrern ist der Ort Taublitz der beliebteste Einstieg ins Gebiet. Die Ortschaft bietet ca. 950 Gästebetten in den verschiedensten Kategorien an. Drei-Stern-Hotels, Privatpensionen und Ferienwohnungen bzw. Ferienhäuser. Mit zwei Sesselliften gelangt man in das Almdorf. Auch hier findet man Hotels, Berggasthöfe und Selbstversorgerhütten mit insgesamt rund 800 Gästebetten. Das Almdorf ist autofrei, die Öffis sind Pistengeräte und Skidos. Vier Sessellifte und zwölf Schlepplifte bringen die Skifahrer bis auf 1965 Meter Seehöhe. 17 km blaue, 17 km rote und 6 km schwarze Pisten stehen für die Abfahrt zur Verfügung. Langläufer freuen sich über ca. 150 gespurte Läupenkilometer. 6 Ski- und 3 Snowboard-Schulen sorgen für die beste Betreuung der ganzen Familie. Abseits der Pisten treffen sich Snowboarder und Freeskier, um Backcountry-Kicker zu shapen oder einfach den Powder zu genießen. Gemütlichere Wintersportler erholen sich währenddessen auf einer der zahlreichen gastfreundlichen Hütten. Das schönste Panorama findet man auf der höchstgelegenen Skihütte der Steiermark, der Grimmandl-Hütte auf 1880 Metern Seehöhe. Bei der Abfahrt ins Tal bieten sich einem zwei Möglichkeiten. Die eine nach Taublitz, die andere nach Bad Mitterndorf. Bad Mitterndorf bietet ca. 2300 Gästebetten, mehr Möglichkeiten zum Shoppen und eine Therme. Wer ins Skigebiet will, benutzt zuerst den Skibus. Für den Einkehrschwung empfehlen wir die Pfannerhütte direkt an der Talabfahrt nach Taublitz. Nachtschwärmer werden sich besonders in der Diskothek Sportalm in Taublitz wohlfühlen. Fazit Die Stärken der Taublitz sind Gemütlichkeit, die sonnige Lage, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr viel Freiraum für Snowboarder und Freeskier. Skifahrer wohnen am besten in der Ortschaft Taublitz, Thermenbesucher und Langläufer in Bad Mitterndorf und Romantiker im Almdorf. Stack Graf Tat V pierw Rats 畢 Rats 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 Vielen Dank.